Hallo ihr Lieben. Wir, wie ihr seht, sind wir hier wieder zurück bei Spohr. Unser Weibchen will, dass wir uns mit ihr paaren. Aber noch finde ich das ein bisschen doof. Jage. Hier steht immer nur jagen. Da müssen wir aber gleich fünf jagen. Das lassen wir mal. Wir sammeln das lieber noch mal ein. Und ich denke, dann werden wir uns tatsächlich noch mal paaren. Müssen wir uns auf jeden Fall jetzt diesmal ein bisschen größer machen, dass wir auch an diese hohen Bäume rankommen. Das ist doch so ein bisschen doof. Wobei ich denke mir, Togrix könnte sich eigentlich auf die Hinterpfoten stecken, aber ne. So. Soll der Togrix sich mal paaren? Hier liegt nämlich das Männchen, die Eier. So, dann haben wir jetzt unseren Spaß hier. Und dürfen uns wieder was komplett Neues überlegen. Und wie ihr mich erkennt, überlege ich mir dann auch wirklich komplett was Neues. Ups. Ups. So, ein bisschen der Kopf. Ja. Okay. Ich habe nämlich gerade schon eine ganz tolle Idee immer dafür. Und zwar brauchen wir jetzt neue Augen. Glatzauge. Glatzauge. Gehenauge. Glücksauge. Oh Gott, ne. Also manche Sachen finde ich ja wirklich auch selber schlimm. Ja. Machen wir mal ein ganz süßes Ding raus. Hörstörer. Hörstörer. Die haben so ein bisschen was von Katzenaugen, ne. Katzenohren. Äh. Katzenohren, aber auch irgendwie voll niedlich. Ja. Das sieht aber irgendwie nicht gerade aus. Oder? Na doch. Wird schon passen. Ähm. So. Jetzt wollen wir natürlich auch Arme diesmal haben. Greifer. Äh. Ich finde die Arme ja total zu lang. So. Aber wir brauchen natürlich auch Beine. Ist alles Geschwindigkeit eins. Einmal die. So. Und wir brauchen die. Die hatten wir jetzt, ne. Dann nehmen wir mal die. Genau. So. Jetzt brauchen wir aber noch Arme, äh, Quercente. Und Füße posieren. schlagen. Okay, ich finde die jetzt nicht so hübsch, aber von den Attributen ist das echt besser. Und die werden wir auch tatsächlich für die Füße nehmen. Ich muss leider immer nach den Attributen gucken. So, und jetzt noch ein paar Details. So, jetzt müssen wir da mal kurz gucken. Ja, ist doch auch hübsch. Rindenhaut. Ich will immer noch dieses Dings hier haben. So, nein. So, toll. Egal. Und nochmal zwei. Mehr können wir jetzt leider nicht, ne? Ich wusste, ich hab was vergessen. Wir brauchen doch einen Maul. Sonst wird's mit dem Fressen schwer. Verbündetenhof, Beißen 1, Singen 3. Beißen 1, Singen 3. Die sind natürlich besser, aber nützt nichts. Oh Gott, oh Gott. Kann ich den verändern? Das ist aber irgendwie auch voll putzig, das Vieh. So. Wir brauchen aber definitiv eine andere Farbe. Wir wollen uns ja von Tobelix abgrenzen. Die Farbe passt doch schön jetzt in seinem Grün. Das würde ich mir aber echt glächerlich vorkommen. Tarnfarbe? Ja, das wäre wohl eher Tarnfarbe. Äh, mal gucken. Hm. So. Ja, das ist doch cool. Wäre das eigentlich das Unterteil gewesen? Wahrscheinlich. Egal. So. Wie nennen wir den denn jetzt mal? Wen wähle ich denn jetzt mal aus? Ähm. Wen lasse ich jetzt mal in der nächsten Folge so ein bisschen leiden? Ähm. Tamiro. 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 Sieht der ja auch echt süß aus. Also ich weiß ja nicht immer was ihr habt. Tobi. Tuberix fand das auch nicht süß. Ich fand den aber voll süß. Tamiro. Ja, wir können posieren. Oh Gott, um Tanken zu lernen. Tobi. 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 Tobi, Tobi. Okay, die singen, das ist gut. Die tanzen. Okay, vergiss es. Mach mal das, was du gut kannst. Das klingt wie eine Krankheit, wenn du singst. Das klingt wie eine riesengroße Krankheit, Tamiru. Egal, wir gucken jetzt hier... Egal, wir wollen nichts Böses. Wir wollen hier nur diese Sachen aufsammeln. So. Ja, aber 1, 2, 3 Garlocke, das können wir, Garlocs, das können wir knicken. Das wird einfach nix. Wir müssen mal gucken, was wir hier irgendwie kleinere kriegen. Hier, die zum Beispiel. Alpha Hum, Hurmeer. Fangen wir mal mit singen wieder an. Gott, tanzen. Äh. Okay. Einen haben wir schon beeindruckt. Die haben hier ganz viele tolle Schätze bei sich rum. Jetzt wollen wir den natürlich auch noch wieder beeindrucken. War es jetzt bezaubern oder posieren? Das klingt trotzdem ausschrecklich, Tamiru. Du müsstest mal was an deinen Gesangskünsten ändern. Was war denn das jetzt? Egal. Wieso ist da denn so ein Riesenvieh? Der rottet mich aus. Oh nein, meine Freunde. Wir müssen uns jetzt hier echt beeilen. Ja, hab ich. Alles klar. Ich will euch hier ja so ein bisschen retten. Was sind das da für Viecher? Zu große. Das war ja aber auch echt ein mieses Vieh. Das ist glaube ich auch nichts hinter uns her. Ich will doch nur nach Hause. Erstmal was futtern. So, jetzt erstmal ab zu unserem Nest und dann erstmal gucken, was jetzt alles passiert ist. Da kommt ein Ei geflogen. Alles klar. Da ist ja schon wieder dieses Vieh. Okay, in diese Richtung können wir nicht gehen. Ähm, gehen wir mal in die andere Richtung. Es macht's nicht besser. Leute, wir müssen noch weiter umziehen. Führt keinen Weg dran vorbei. Das geht nicht anders. Ne, dann laufen wir wieder zurück. Eine tolle Wurst. Blech wert. So, versuchen wir es wieder hier oben. Hier sind auf jeden Fall ein paar Teile, die wir erstmal mitnehmen können. Alpha Ball, Junge. Ja, ich glaube, die nehmen uns auch nochmal als Verbündeten mit, wenn's geht. Wenn Tobi Ricks, äh, Quatsch, und Tamiro lieber ist. Ja, jep. Und Tamiro isst lieber. So, das hat schon mal geklappt. Wie viel noch zwei? Das hat ihm nicht so gefallen. So, jetzt einen noch und dann noch einen, um den zum Rudel hinzuzufügen. So, einen müssen wir jetzt noch. Den da zum Beispiel. So, jetzt müsste der zum Rudel hinzu sein. Jo. Alles klar. Jetzt können wir hier auf jeden Fall so ein paar andere Sachen machen. Also, und auch mal mit ein paar anderen Gegnern anlegen. Zwar jetzt nicht nur auf den großen Gegner, aber immerhin, ne? Wir gucken jetzt hier einfach mal weiter, was hier noch alles so ist. Okay. Schnell hier weg. Äh, ich wollte nur noch das Teil hier eigentlich aufnehmen. So, oh je, die will sich schon wieder paaren mit dem lieben Tamiro. Das geht aber eindeutig zu schnell hier. Nein. Wir warten jetzt erstmal, bis Tamiro ein bisschen mehr Gehirn hat. Also, irgendwie ist das ja alles doof. Wir müssen irgendwie nochmal ein bisschen zurück. Na gut. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020